Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Im Frühjahr braucht nicht nur unsere Wohnung einen Frühlingsputz, sondern auch einer unserer wichtigsten Begleiter. Genau, unser Auto. Deshalb bin ich zu Fast Car Wash in Zürich direkt unter der Hartbrücke gekommen. Im Winter hat es viel geregnet und geschneit. Es gab viel Schmutz und Salz auf den Straßen. Das haftet an und in unserem Auto. Und all das muss jetzt weg. Findet ihr auch immer wieder eine Ausrede, um das Autowaschen herauszuschieben? Ein Klassiker ist doch, ich habe keine Zeit. Die Car Wash hier in Zürich bietet uns zwei sehr interessante Möglichkeiten ab. Wir können mit dem Auto, wie man es kennt, durch die Waschanlage fahren. Das ist ganz einfach. Gang raus und nicht bremsen. Dann können wir hier unser Auto unbeschränkt lang saugen, wischen und polieren. So wird unser Auto auch innen sauber. Wer wenig Zeit oder wirklich keine Lust hat, sein Auto selber zu putzen, dem wird die Variante 2 sicher gefallen. Dieses Angebot ist auch sehr interessant für alle Nicht-Zürcher. Die Firma Best Car Wash holt euer schmutziges Auto ab und bringt es euch blitzblank glänzend und gut duftend wieder zurück. Ihr könnt also mit eurem schmutzigen Auto im Büro ankommen und mit eurem Schmuckstück am Abend wieder nach Hause fahren. So freut man sich noch viel mehr auf den sonnigen Feierabend, weil man nun auch Feierabend hat. Tschüss!